Hallöchen und Herzlich Willkommen auf meinem Kanal der HDS. Heute gibt es die Karten, die aus dem Pack waren. Da waren richtig geile Karten drin. Ja, da war aber ein Doppelter und zwar Karloff, den habe ich einfach meinem Freund geschenkt, weil Karloff ist so schlecht. Dann hatte mein Freund das sein Freund geschenkt. Dann haben wir hier erstmal den Lufthai. Zieh eine Karte von, wenn du eine neue Karte spielst und diese Fahrzeugkarte ablegst. Bringt 10 Tempo und plus 15 Power. Wähle eine Waffe. Durchsuche dein Deck nach einer Karte deiner Wahl und nimm sie auf deine Hand. Misch dein Deck. Ja, sehr geile Karte. Mein Freund hat gesagt, damit kannst du eine Karte aussuchen. Wirklich geil. Dann Skylar hat aber 21 Tempo. Wie voll Lärm. Aber das Beste ist von ihr, 66 Abwehr. Ihr habt Tummler, dass es so krachen muss. Ja. Und dann kommt noch ein Glitzernde und zwar Moro. Ja, voll geil. Denen hat mein Freund gesagt, ich habe den aber für dich gezogen. Obwohl das Pack ja nur aufgemacht hat. Boah, das war super geil. Ich sag euch nur, 102 Power. Wie geil ist das denn? Ja. Moro. Das waren die Karten, die ich gestern aus dem Pack geöffnet hatte. Und tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.